Hallo und willkommen auf dem Kanal für medizinische Bildung. In diesem Video möchte ich euch einige wichtige dermatologische Krankheitsbilder vorstellen. Dabei soll es insbesondere um Blickdiagnosen gehen. Bitte beachtet aber, dass man im klinischen Alltag natürlich nicht nur den äußerlichen Befund erhebt, sondern auch beispielsweise weitere bestehende Symptomatik bei der Diagnosefindung beachten muss. Wie dem auch sei, lasst uns vielleicht wie folgt vorgehen. Ihr könnt bei einem neuen Befund das Video kurz pausieren und versuchen, selbst das Krankheitsbild zu erraten. Danach löse ich das Rätsel auf. Gut, auf diesem Foto erkennen wir urtikarielle Papeln an den Streckseiten der Fingerendglieder, die wahrscheinlich wahnsinnig jucken. Wir nehmen an, dass der Patient an einer Zöliakie leidet. Demnach entspricht dieser Befund einer Dermatitis herpetiformis During. Auf dieser Folie erkennen wir erythematöse Papeln auf der Hand, die übrigens insbesondere nachts jucken. Dieser Patient leidet an der Krätze. Dieser Befund kommt häufig bei jungen Erwachsenen vor und besteht aus kreisförmigen, knotigen Effloreszenzen, die mehr oder weniger der Hautfarbe entsprechen. Sie finden sich klassischerweise, wie auch hier, auf dem Handrücken und verursachen eigentlich keine Beschwerden. Hier sehen wir nämlich das Granuloma annulare. Dieser Patient leidet eigentlich primär an einer Muskelschwäche, hat aber auch diese hellroten bis weißen Papeln an den Fingern. Diese als Gotron-Papeln bezeichneten Hautveränderungen kommen klassischerweise bei einer Dermatomyositis vor. Der ein oder andere hatte bereits selbst diese schmerzhaften ulcerösen Effloreszenzen in der Mundhöhle oder an den Lippen. Das sind klassische Aphten. Dieser Patient leidet offensichtlich an einem Ausschlag, der sich an den Hand- und Fußflächen manifestiert hat. Wahrscheinlich würden wir diese Hautveränderungen auch im Bereich des Mundes vorfinden. Demnach handelt es sich hierbei um die Hand-Fuß-Mund-Krankheit, welches durch das Coxsackievirus ausgelöst wird und meist spontan abheilt. Diese scharf begrenzte Rötung hingegen, die manchmal auch zungenförmige Ausläufer zeigt, kann zahlreiche Komplikationen verursachen. Das Erysipel ist nämlich eine bakterielle Entzündung der Lymphgefäße bzw. der Haut, die letztlich auch zu Nekrosen führen kann. Auf diesem Foto erkennen wir kleine rundliche Strukturen an den Wimpern, die übrigens auch typischerweise Juckreiz verursachen. Es sind nämlich kleine Nissen, also Läuseeier. Der Patient leidet also an Läusen. Im Fachjargon bezeichnet man dies auch als Pediculose. Bei diesem Kind scheint die Haut irgendwie trocken zu sein. Außerdem erkennen wir eine grobe Hautfurchtung. Dieses Krankheitsbild entspricht der Ictiosis vulgaris, einer Erbkrankheit mit Assoziation zur Atopie. Auf dieser Folie lassen sich kleine Bläschen erkennen, die nicht selten starke Schmerzen hervorrufen können und sich entlang eines oder mehrerer der Armatome orientieren. Der Herpes Zoster, den wir hier sehen, wird durch eine Reaktivierung der varicellen Viren verursacht. Diese kreisrunden papulo-urticariellen Plaques, die beim genauen Hinschauen trizonal wirken, also mit drei Zonen unterschiedlicher Farbe, kommen häufig an den Extremitäten vor und lassen sich nicht selten nach Herpes-Simplex-Infektionen beobachten. Dieses Krankheitsbild bezeichnet man als Erythema exudativum multiforme. Zugegebenermaßen ist die Qualität dieser Aufnahme eher bescheiden. Allerdings sind die hiesigen Veränderungen so klassisch, dass man sie dennoch einem relativ häufigen Krankheitsbild zuordnen kann. Diese Erythematosquamösen Plaques mit weißlichen Schuppen sind die typischen Hautbefunde bei einer Psoriasis vulgaris, also einer Schuppenflechte. Bei diesem Patienten trat zu Beginn wahrscheinlich nur ein rundlicher, münzgroßer Herd mit schuppigem Saum auf, dem zahlreiche weitere kleinere folgten. Aus diesem Grund bezeichnet man die erste Veränderung als Primärplag, die im Rahmen einer Pityriasis rosea, also der Röschenflechte, auftritt. Die Bezeichnung für die hier vorliegende Krankheit ist ähnlich, beschreibt aber eigentlich einen völlig anderen Befund. Dieser Patient leidet offensichtlich an einer knollenartig vergrößerten Nase mit diffuser Rötung. Das ist eine Rosacea. Diese dunkle, relativ unscharf begrenzte Efloreszenz, welche eine inhomogene Farbverteilung zeigt, ist ziemlich gefährlich und deshalb gefürchtet. Hier handelt es sich nämlich um ein malignes Melanom. Manchmal ähneln sich die Hautbefunde, jedoch ist die Unterscheidung dabei extrem wichtig. Wir sehen hier nämlich ebenfalls dunkle, etwas erhabene Efloreszenzen, die jedoch in der Regel völlig harmlos sind. Diese Veränderungen, die einer seborohischen Keratose entsprechen, werden auch als Alterswarzen bezeichnet. Vielleicht ebenfalls interessant, sie selbst sind ohne großen Krankheitswert, können jedoch, obgleich selten, im Rahmen einer anderen Tumorerkrankung vorkommen, wie beispielsweise beim Darmkrebs. Einige Hauterkrankungen wie diese befallen bevorzugt Kinder. Wir sehen hier gelbe Krusten, denen wahrscheinlich schlaffe Blasen vorausgingen. Durch das ständige Aufkratzen der Blasen gelangen die Erreger auch auf andere Stellen und können hier zu den gleichen Veränderungen führen. Das ist für Petigo Contagiosa sehr klassisch. Dieser Patient sieht, um ehrlich zu sein, nicht sehr glücklich aus. Die Lippen scheinen aufgeschwollen zu sein und auch beispielsweise an der Nase lassen sich Erosionen beobachten. Das Steven-Johnson-Syndrom kann durch Medikamente ausgelöst werden und hat eine relativ hohe Letalität. Auf dieser Folie erkennen wir weißliche Veränderungen der Zunge, die man auch als Wickham-Streifung bezeichnet. Daneben leiden die Patienten oft auch an einem Ausschlag, insbesondere der Handgelenke, welches Juckreiz verursacht. Das dazugehörige Krankheitsbild ist der Lichenroba planus. Diese scharf begrenzte gelbliche Läsion tritt insbesondere bei einer lokalen Fettstoffwechselstörung auf und wird als Xanthelasma bezeichnet. Auch hier finden sich ähnliche Effloreszenzen, die jedoch mehr knotigen Charakter haben und bei einer Hypercholesterinämie in Erscheinung treten. Wir sehen hier nämlich das Xanthoma Tuberosum. Dieser ältere Patient hat eine ulzerierende Läsion an der Nase, also an einer lichtexponierten Stelle, die nicht abheilen will. Bei dieser Kombination muss man an ein Plattenepithelkarzinom denken. Auch diese relativ scharf begrenzte erythematöse Läsion, die ebenfalls zur Schuppung neigt, will in der Regel nicht abheilen und stellt den Vorläufer eines Karzinoms dar. Die Rede ist natürlich vom Morbus Bowen. Dieser Patient erlitt vor dem Auftreten dieser Veränderungen eine Verbrennung der entsprechenden Körperstellen. Anschließend bildete sich diese rosafarbene großflächige Erhabenheit. Sie entspricht der übermäßigen Proliferation des Bindegewebes infolge einer Wundheilungsstörung. Das Ganze nennt man auch Keloid. Auf dieser Folie sehen wir zahlreiche Papeln bei einem Kind, die typischerweise eine zentrale Delle aufweisen. Das Molluskum Contagiosum wird durch Viren hervorgerufen und kann auch spontan abheilen. Die langjährige Einnahme von beispielsweise Cortisol kann das hier vorliegende Krankheitsbild begünstigen, welches durch Hefepilze verursacht wird. Wir sehen hier nämlich den Mundsor. Dieses Foto scheint etwas älter zu sein, zeigt aber relativ deutlich, dass hier irgendein Prozess abläuft, welcher die Nägel zerstört, die ebenfalls etwas brückelig ausschauen. Das ist der klassische Nagelpilz, also die Onikomykose. Vielleicht hat der ein oder andere ebenfalls mal die hier vorliegende Veränderung an sich selbst nach einem Schwimmbadbesuch beobachtet. Die Hornschicht scheint verdickt zu sein. Es handelt sich hierbei um vulgäre Warzen, die durch humane Papillomaviren verursacht werden. Die Haut ist das größte Organ des Menschen und wird bei zahlreichen internistischen Erkrankungen ebenfalls affektiert. Dieser Patient hat eigentlich primär eine Endokarditis, die sich nun als sogenannte Oslackknötchen auch an der Hand manifestiert hat. Dieser junge Mann hat eine fettige Rötung rund um die Nase. Dies entspricht dem Seborohischen Eczem. Die bräunlichen Stellen, die wir auf dieser Folie sehen, können bei Lichtexpositionen sich zu weißlichen Veränderungen umwandeln. Dieses Krankheitsbild wird durch einen Hefepilz hervorgerufen und als Pityriasis versicolor bezeichnet. Diese dunklen Hauterfluoreszenzen erinnern stark an ein malignes Melanom, welches tatsächlich durch die hier vorliegende Erkrankung verursacht werden kann. Das unscharf begrenzte Lentigo Maligna kann nämlich in das Lentigo Maligna Melanom übergehen. Wir sehen hier also das Lentigo Maligna. Diese dermatologische Erkrankung dürfte den meisten schon bekannt sein. Sie kann sich natürlich nicht nur in Form von Pusteln bemerkbar machen, wie hier, sondern auch durch Knoten, Absessen und Narben. Die Acne vulgaris tritt in der Regel bei Jugendlichen auf und sistiert meistens nach der Pubertät. Die zentrale Atrophie dieser Läsion, gepaart mit einem perlschnurartigen Randsaum, macht das Ganze zu einer relativ einfachen Blickdiagnose. Wir sehen hier nämlich das Basalzellkarzinom, welches manchmal auch als Basaliom bezeichnet wird. Bei diesem Patienten erkennen wir Erosionen der Lippensteimhaut, denen Blasen vorausgehen können. Derartige Erfluoreszenzen können jedoch auch an der restlichen Haut auftauchen und charakterisieren hier den Pemphigus vulgaris. Offensichtlich sind bei diesem Kind einige Haare vorzeitig abgefallen und die kahle Stelle weist Schuppungen auf, die man zugegebenermaßen auf diesem Foto relativ schwer erkennen kann. Es handelt sich hierbei um einen Pilzbefall der Kopfhaut, der Tinea Capitis. Auch dieser Befund ist etwas schwierig zu erkennen. Wir sehen kleinere Läsionen, die uns an Schmirgelpapier erinnern und atrophisch wirken. Außerdem scheinen sie etwas rötlich zu sein. Diese aktinischen Keratosen können manchmal auch in das Plattenepithelkarzinom übergehen. Wir sind auch schon fast am Ende des Videos. Ich hoffe, dass ich euch wenigstens ein bisschen die Dämatologie näher bringen konnte. Jedenfalls, hier lässt sich wieder eine weißliche, flächige Veränderung der Wangenschleimhaut erkennen, die nicht abstreifbar ist. Sie kann beispielsweise durch chemische Noxen verursacht werden und stellt eine mögliche Vorlesion eines Plattenepithelkarzinoms dar. Die Rede ist von einer Leukoplakie. Zu guter Letzt gibt es noch dieses interessante Krankheitsbild, das allerdings für die Betroffenen sehr belastend sein kann. Diese vermutlich autoimmune Erkrankung führt zu einer Depigmentierung der Haut und wird als Vitiligo bezeichnet. Glücklicherweise kann sie mit einer Fototherapie behandelt werden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Sollten noch Fragen bestehen, stehe ich gerne in den Kommentaren zur Verfügung. Bis dann!